Das Erfolgsprojekt Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe ermöglicht wichtige Einblicke. Einblicke in die Arbeitsabläufe der Wirtschaftsunternehmen und in die Vorstellungen und Ideen von Schülerinnen und Schülern. Zwei auf einen Schlag besiegelte die diesmalige Unterzeichnung mit der Volksbank Baden-Baden-Rastatt, der Realschule Gernsbach und die Handelslehranstalt Gernsbach. Doch was verbirgt sich hinter dieser Unterzeichnung? Wirtschaftsthemen, kaufmännische Themen in die Schulen hinein zu tragen, durchaus den einen oder anderen jungen Menschen auch für kaufmännische Ausbildungen zu begeistern, bis hin zur Bankausbildung, aber auch von den Schulen, von den Entwicklungen in den Schulen zu lernen, denn auch eine Schule, genauso wie im Wirtschaftsunternehmen, ist Teil der Gesellschaft. Und diese Kooperation, die ja auch verpflichtet, gegenseitig permanent Ideen zu entwickeln, bringt Schulen und Wirtschaft näher. Und insofern absolutes Erfolgsmodell. Der Praxisbezug in einem Unternehmen ist ein ganz anderer als in der Schule. Die Verzahnung von Wirtschaft macht Schule bietet eine sehr gute Plattform, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu verschaffen, in Arbeitsabläufe hineinzuschnuppern. Wichtig dabei Interesse und Engagement. Wir Lehrerinnen und Lehrer lernen, wie man Unterrichtsinhalte vermittelt. Das sind natürlich die Standardfächer, die man so aus der Schule kennt. Wirtschaft spielt durchaus auch eine Rolle in einem Fach, das ausdrücklich Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde heißt. Wir machen ja auch das Projekt Wirtschaften, Verwalten, Recht, also ein realschultypisches Projekt. Aber wir haben natürlich letztendlich die ausgebildeten Fachleute, die aus der Wirtschaft deren Kompetenz und ihren Input geben können. Und deswegen ist es ganz gut, dass es von außen kommen kann und wir auch wissen, von wem es kommt. Positives Feedback aller Beteiligten. Durch eine aktive Kooperation ist wieder ein großer Schritt gegen den Fachkräftemangel getan. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist man stark. Die Volksbank bietet unseren Schülerinnen, wir sind ja eine kaufmännische Schule, nochmal über Praktika den Einblick in den Berufsalltag. Und wir machen ja zweiwöchige Praktika bei der Volksbank. Da lernen die einfach den Alltag kennen und können sich entscheiden für den Beruf des Bankkaufmannes oder IT-Kaufmannes. Und auch die ersten Kontakte aufbauen. Möchte ich in einem Dienstleistungsunternehmen wie der Volksbank arbeiten oder bin ich vielleicht anders orientiert? Wirtschaft macht Schule ist eine Dreiecksbeziehung mit eigentlich vier Gewinnern. Schüler, Unternehmen, Schulträger und die IHK Karlsruhe.